This could be us, so back to what I was saying, this could be us, let's take a look. Ja, herzlich willkommen Leute zu einem neuen Kriegsvideo. Ja, wir spielen gegen ein russisches Team und ja, ich habe nicht eine große Auswahl zum jetzigen Zeitpunkt. Da sind nicht mehr allzu viele am Leben und wir haben hier auch keine gelben Steine, was auch schon mal sehr gut ist. Ah, ja. Kann ich hier wirklich nur das gesündete Match machen? Das ist jetzt nicht dein Ernst, Alter. Wenn das so schon anfängt. Ja, super. Also ich kann hier jetzt wirklich nur mein gesündetes Match machen. Dann geht Lila hoch, dann kann ich Lila als nächstes spielen und das war es dann auch schon. Oh Mann, ey. Ja, spielen wir also grün. Jetzt haben wir ein blaues Match. Und ein lila Diamanten. Und wir können auch ein rotes Match spielen. Alter, das wird, das wird richtig scheiße. Ah, wir hatten kurzzeitig ein gelbes Match. Gut, Anne löst jetzt aus. Ich habe wieder ein blaues Match. Das bringt mir noch nicht viel. Ich könnte jetzt Lila spielen. Wie vorgeschlagen, dann würden meine gelben Steine weiter nach oben kommen. Oder ich spiele Lila. Das geht in Rot rein. Darus habe ich auch nichts gewonnen. Ne. Darus habe ich auch nichts gewonnen. RCL One-Shot. Nice. Sehr nice. Das war es auch schon eigentlich. Äh. Ja, ich kann hier nicht mehr, ich kann hier eigentlich nichts mehr machen. Ich kann jetzt so wie, wieder vorgeschlagen, kann ich jetzt gelb spielen. Ich könnte auch stinknormal das gelbe Match spielen, aber dadurch, da gewinne ich nichts draus. Das bringt mir einfach nichts. Ja, das war es. Das ist Quatsch. Das war es. Nix löst jetzt gleich aus. Zilimene löst gleich aus. Das ist Katastrophe. Das ist schon mal ein Katastrophenstart. Anne löst zum zweiten Mal aus. Wir können hier... Warte mal, können wir hier noch irgendwas machen? Ich könnte jetzt stumpf wieder Grün spielen. in der Hoffnung, dass Gelb hochkommt. Aber, ja. Ich kann auch genauso gut Grün spielen. Da kann ich auch nochmal auf Gelb hoffen. Rot spielen steht außer Frage. Das ist Quatsch. Ja, gucken wir uns das so an. Ja, okay. Krampus ist down. So, jetzt löst Zilimene aus. Und das... Also, ich brauche hier eigentlich nicht mehr nachdenken. Wir versuchen hier noch so viel Schaden wie möglich zu machen. Aber... Ansonsten... Keine Chance. Und deswegen... Nehme ich... Wortwörtlich... Absolut... Nicht mehr gerne Ariel mit. Sie ist... Ein One-Shot-Opfer. Ohne Kostüm. One-Shot-Opfer. Komplett. Die hält nämlich gar nichts mehr aus. Gut, ich habe ihr auch keinen Break gegeben, ne? Aber... Ähm... Ich kann ja auch nicht jeden breaken. Ja, ich... Weiß nicht. Ich sehe hier nichts. Blau kann ich spielen in Zilimene. Ja, dann hätte ich ein gelbes Match. Okay. Oh, wir haben sogar einen Diamanten. Der kommt zu spät. Der kommt viel zu spät. Jetzt löst Hell aus. Das war's. Das war's. Nix löst auch aus. Okay. Alle lösen aus. Ja, krass. So macht das auf jeden Fall Spaß. Ja, auf geht's ins nächste Match. Gucken wir uns das erstmal an. Mein Kling kann ich immer noch gleich machen. Es ist sowieso danach nur noch ein voller Gegner. Und dann wird das Board eigentlich gedreht. Aber, ähm... Wenn ich mir das so angucke, dann... Wird das ja auch ein schwieriger Fall. Also, wir haben ein blaues Match. Wir haben ein rotes Match. Wir haben ein weiteres rotes Match. Womit wir uns blau nach rechts ziehen. Da könnte womöglich was passieren. Ja, grün unten ist kompletter Quatsch. Das bleibt mir immer gar nichts. Dann fangen wir erstmal mit rot an. Gucken uns das Ganze hier so ein bisschen an. Okay, hier hätten wir schon mal eine Kombo. Die können wir mitnehmen. Okay, jetzt haben wir den Diamanten. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Nur, dass Anne schon ausgelöst hat. Was bedeutet, Milena ist so gut wie down. Wie viele Auto-Attacks haben wir? Zwei, vier. Vier Auto-Attacks. Ich könnte jetzt blau spielen. Was ja auch Sinn macht. Aber ich glaube, Milena ist down. Gucken wir uns das an. Eieiei, hat sie überlebt. Okay. Gut. Okay, warte mal. Wie machen wir das denn jetzt? Ich kann hier halt wieder einen Diamanten vorbeisagen, indem ich grün spiele wie vorgeschlagen. Aber... Ja, sie löst sowieso aus. Ich hoffe nur, dass Anne jetzt natürlich auf Cage geht, ne? Ich könnte genauso gut das Dreier-Match spielen. Ganz rechts. Und dann wieder das Dreier-Match in Anne. Das würde auch gehen. Damit würde ich mir... Ja, das machen wir auch so. So ziehe ich mir auch ein bisschen blau hoch. Äh, ist sogar blau nachgekommen. Alter. Junge, Junge, ey. Das wird ja was hier. So, also. Anne ist down. Wenn sie sich nicht wiederbelebt. Wenn sie sich nicht wiederbelebt. Oh, die mal löst gleich aus. Ja, dann sollte ich wohl möglich wohl da drauf, ne? Ah, das Hard-Tor hielt er. Das sehe ich auch nicht gerne. Aber wir müssen irgendwas killen. Und wir haben... Ja, Cage ist down. Okay, das ist in Ordnung. Wenn Ludwig auslöst, ist es auch nicht weiter schlimm. Nur, dass ich kein Attack-Up jetzt habe, ist natürlich blöd. Und ich kann nicht weiter warten. Weil Ludwig ja gleich auslöst. Wenn ich blau rein spiele, ist es schlecht. Also... Lösen wir beide aus. Okay. Wir bekommen hier ein bisschen Heal. Wir können jetzt grün spielen. Ziehen die Lilanen hoch. Aber ich muss in Kauf nehmen, dass Hard-Tor auslöst. Da komme ich nicht dran vorbei. Und Milena ist natürlich immer noch gefährlich. Nah an der Todesgrenze. So, Erlang löst aus. Was ein Problem ist. Geh mal ganz... Geh mal auf Milena. Geh mal auf Milena, Alter. Nicht in die Mitte. Ja, das ist schon mal scheiße. Ja, das ist wieder doof, ey. Weil... Hard-Tor löst jetzt auch wieder aus. Milena darf ich nicht auslösen. Weil ich mir sonst... Weil ich mir sonst... Hohen Schaden gebe. Äh... Ja, mach ich mir mein blaues Match kaputt oder nicht, ne? Das ist hier die Frage. Ich könnte genauso gut grün und blau spielen. Das geht in gelb sein. Vielleicht kommt Lila nach. Keine Ahnung. Oder ich spiele einfach nur Lila... Die Lila eine Drachenbombe. Ja, das machen wir mal. Mit zwei Auto-Attacks, Alter. Das kann auch sein, dass Milena einfach stirbt. Tut sie nicht. Okay. Tut sie nicht. Jetzt haben wir gar kein Auto-Attack. Ah. Ja gut, wir haben... Ja, ich würde jetzt schon gerne blau spielen, ne? Aber das kann ich auch noch gleich machen. Weil wir ja kein Auto-Attack haben. So. Gut. Ich spiele... Jetzt mit Absicht nicht... Also ich ghoste jetzt mit Absicht nicht das Match. Weil das sonst in Rot reingeht. Wobei... Das muss nicht in Rot reingehen. Ich könnte aber auch nur blau spielen. Dann ist Einstein geghostet und Hathor bekommt viel Schaden. Wie lange hat sie den noch? Ach, drei Züge. Nee, so lange kann ich nicht warten. Das ist Quatsch. Gucken wir mal, wie weit wir sie runter bekommen. Okay, das ist gut. Sehr gut sogar. Ja, dann spielen wir mal blau hier oben. Mal gucken, was von unten nachkommt. Okay. Wir haben halt immer noch eine Tagdown, ne? Ein Zug. Gut. Setzen wir aus. Okay. Okay, jetzt können wir heilen. Dann können wir blau in die richtige Richtung ziehen. Ja, das Erlang wieder auslöst, Alter, ne? Okay. Wir holen uns die Katzen zum Schutz. Dann lassen wir hier grün verschwinden. Hat keinen Zweck. Mit zwei lila Steinen kann ich nichts anfangen. So, jetzt müsste Erlang weg sein, außer er belebt sich wieder. Tut er nicht. Und jetzt ballern wir hier auch drauf los. Okay. Ei, ei, ei. So, auf geht's zum nächsten, zum letzten vollen auf dem Feld. Danach haben wir nur noch mein Clean. Okay, das sieht schon mal etwas besser aus. Wir haben zwei Matches ganz gewiss. Das reicht aber noch nicht. Das reicht noch nicht. Also müssen wir das anders machen. Wenn wir jetzt das grüne Match spielen, dann habe ich eine Vierer-Reihe. Aber ich habe noch keine Dreier-Reihe. Dennoch würde ich sagen, wir starten mal damit. Ach, scheiße. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ey. Ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, dann müssen wir natürlich jetzt umplanen, ne? Wir können blau-gelb spielen. Blau-gelb. Wir könnten genauso gut blau spielen in Hurricane. Aber wir brauchen hier sowieso ein bisschen Bewegung. Denn ich hätte keine Vierer-Reihe hinbekommen. Ob so oder so. Gut, jetzt löst halt mehrere Sankt aus. Was praktisch in Ordnung ist, denn wir haben einen Diamanten. Ich spiele jetzt extra das Match nicht, weil ich sie nicht killen kann. Die wird das nicht überleben. Die wird das nicht überleben. Äh, die wird nicht sterben, meine ich. Entschuldigung. Die wird nicht sterben. Jetzt bin ich gerade komplett verwirrt. Äh. Also spielen wir einfach nur gelb oder blau. Kann bei blau was passieren? Dann ist da so zu steigen, ganz oben. Nein, da kann nichts passieren. Aber ich muss halt gelb spielen, damit sie auch auslöst, ne? Gut, dann machen wir das mal. So, sie löst aus. Okay, das ist in Ordnung. So, weg mit den roten Steinen. Gut. Ja, Hurricane. Ich habe einen roten Stein. Ich habe so gut wie keine lila Steine. Wir gehen hier auf die linke Seite. Alles andere ist Quatsch. Vor allem, weil Hurricane meinen Attacken ausweichen kann. Das wäre fatal. Gut, dann gehen wir hier auf Ludwig. Okay. Dann können wir die linke Seite bespielen. Jo, da kam ein Schwung lila nach. Das ist gut. Sehr gut sogar. Spielen wir lila. Wir können anfangen zu heilen. Annabelle werden wir gleich für Hurricane brauchen. In der Zwischenzeit wäre es halt gut, wenn ich auch ein bisschen was nachbekomme. Ja, jetzt lösen auch noch beide aus. Das ist echt super. Spielen wir das so. Dann kommt der rote Stein weiter nach oben, den ich auch brauche. Wir heilen. Weil das ist hier immer noch nicht safe durch. Wieder auf die beiden, Alter. Mein Gott. Okay, da kam rot nach. Das ist gut. Dann können wir Kunel auf jeden Fall schon mal ausschalten. Okay. Hurricane will wohl nicht ausweichen. Ja, will er wirklich nicht. Wirklich nicht. Ja, gut. Ja, machen wir unseren Clean weg. Das ist der letzte jetzt auf dem Feld. Mehr ist er nicht mehr. Okay. Ein gelbes Match in Anne. Das bringt mir eigentlich nicht sehr viel. In hell wäre das natürlich besser gewesen. Deswegen spiele ich erst mal rot. Ich werde mal gucken, ob da grün nachkommt. Nein, tut es nicht. Schade. Schade, schade. Ja. Ja. Lila. Wenn ich Lila spiele. In Anne sein bringt mir nichts. Dann kommen die Steine nur ein bisschen höher. In Nix bringt mir sowieso schon mal gar nichts. Oder ich spiele Lila auf der rechten Seite. Ah, das ist schon wieder... Hier liegen die Steine nur ein bisschen scheiße. Ja, dann machen wir das so. Dann ziehen wir die Gelben weiter hoch. Okay. Gelb ist unten nachgekommen. Das hilft mir noch nicht allzu sehr. Anne wird auf jeden Fall auslösen. Und die liegen so beschissen, dass ich nicht mal mein Match zusammenbekomme. Wenn ich jetzt die Drachenbombe spiele, dann habe ich einen gelben Stein gewonnen. Drückt mir gar nichts. Aber ich will auch nicht in Nix rein spielen, weil sie sie dann auslöst. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und selbst jetzt Grün. Grün bringt mir nichts. Was soll mir jetzt Grün bringen? Ich habe noch keinen Mana. Ja, dann machen wir das mal so. Ziehen wir den gelben Stein weiter nach oben. Okay, jetzt können wir hell killen. Das ist ein Plus. Gleichzeitig löst Falina aus. Das ist ein Minus. Aber irgendwas muss ich ja machen. Ja, meine Mitte ist down. Die Frage ist ja jetzt... Ja, sie hat eine... Sie hat Verteidigung ab. Das ist scheiße. 420. Und Nix kann ich... Ach, Alter. Das ist auch wieder zum Mäuse melken, ey. Ja, machen wir das so. Hat ja keinen Zweck. Jip, dann haben wir einen grünen Stein, einen gelben Stein. Wenn sich Anne nicht wiederbelebt... Ja, gut. Jetzt lass sie nicht in den zweiten Charge kommen, Junge. Okay. Ja. Was soll ich dazu sagen? Also wenn... Wenn Reste... Zu so einem Kramp werden, Alter, dann... Dann weiß ich auch nicht. Ja, sie löst aus im zweiten Charge. Klasse. Ich bin so gut wie down. Also... Krass ist das. Einfach nur krass. Wie viel Leben hat sie noch? 325. Ich spiele jetzt Healer gegen Damage-Dealer. Toll. So macht es Spaß. Ein grünes Match, Alter. Damit kriege ich die nicht down. Doch, damit kriege ich die down. Und vielleicht kommen... Von unten gelb oder grün nach. Nein, Alter. 58. Unglaublich, ey. Wirklich. Guckt euch diesen Krampf an. Was ist das heute? Okay. Nächstes Match. Gucken wir... Ob wir den auch weghauen können. Da bietet sich ja grün an. Okay. Damit kann man ja schon mal was machen. Wir hätten schon mal zwei grüne Matches. Das reicht aber noch nicht. Ich könnte genauso gut erstmal gelb spielen. In Adalinda rein. Und gucken, ob da grün nachkommt. Ich könnte die Drachenbombe spielen. Äh, das Vierer-Match spielen. Dann habe ich eine Drachenbombe oben. Dann könnte ich gelb spielen. Dann geht der grüne Stein nach oben. Aber die matchen sich nicht gleich. Ich müsste ja einen weiteren Zug machen. Weil der lila eine Stein dazwischen ist. Weil der lila eine Stein dazwischen ist. Aber mit dem... Mit den beiden Dreier-Matches bin ich ja komplett lost. Also machen wir das auch erstmal so. Okay. Dann können wir lila spielen. Das geht in gelb. Das geht in grün. Okay, das nehmen wir. Das ist gekauft. Okay, nice. Äh, mit dem grünen Match. Ah, das ist jetzt schwierig. Also wenn ich die Drachenbombe benutze, ist das ein lila Stein und drei grüne. In Ludwig doppel gebraked. Paladin-Buff ist ab, Alter. 617. Ich würde sagen, das riskiere ich nicht. Ich benutze hier extra so Ball. So. Weg ist der. Ich kann die Steine ghosten. Und ab jetzt, ähm... Sollte das wohl geregelt sein. Unter Thetis haben wir ein grünes Match. Ja, wir machen die linke Seite weg, Alter. Die ist zu gefährlich. Die ist hier zu gefährlich. So. Dann. Warte mal. Äh, Elnada Habs auch noch ein bisschen jetzt, ne? Also machen wir das hier so. Wir haben genug Heal. Ah, das Rote war jetzt nicht unbedingt schön, aber... Das können wir verkraften. Äh, wir haben genug Lila. Wir haben genug Lila. Thetis stirbt. Das ist klar. Elnada Habs stirbt. So. Dann. Lassen wir am besten Adalinda auslösen. Lassen. Dann hier haben wir die Fiends weg. Und dann habe ich noch die Lila Steine, die ich ghosten kann durch, äh... Xenoyfort, die mir sowieso direkt wieder Mana geben. So, lass ihn auslösen. Alles kontrolliert. Wir heilen. Wir spielen Lila. Und killen gleichzeitig Thetis. Gut. Ah. Ich könnte jetzt auch erstmal grün spielen, ne? Sikena hat einen Autotag. Adalinda hat einen Autotag. Aber da sollte nicht allzu viel passieren. Wobei Kristo bald sterben könnte. Tut er aber nicht. Sikena ist der Nächste, der auslöst. Okay. Dann haben wir das hier auch überstanden. Echt jetzt? Dreimal hintereinander blau, Alter? Junge. Echer Junge. Ja, gut. Immerhin haben wir das auch geschafft. Ja, unser letztes Match. Gegen Doppel-San-Quan. Okay. Und wir haben schon mal ein Vierermatch. Wir haben aber auch ein Zwei-Dreier-Matches. Wobei wir auch einen gelben Diamanten haben. Und ich bin geneigt dazu, diesen gelben Diamanten zuerst zu spielen. Fangen wir damit mal an. Okay. So haben wir also ziemlich zügig gelb zusammen. Lila bringt mir gar nichts in der Mitte. Da schiebt nur die beiden blauen nach oben. Was, wenn ich den gelben Diamanten benutze? Ich hätte das Vierermatch gespielt, wenn Sang-Quan darunter gewesen wäre und nicht Adalinda. Aber so macht es ja keinen Sinn. Also spielen wir hier erstmal blau. Schade, blau ist nicht nachgekommen. Okay. Gut. Ist aber egal. Dann spielen wir das blaue Match jetzt auch. Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich jetzt. Gut. Wir können jetzt Lila spielen. Was in Rot geht, wir ziehen den blauen Stein weiter nach oben. Oder ich spiele Grün. Die Queen löst eh aus. Dagegen kann ich nichts machen. Gut wäre natürlich. Ja. Nein, es hat keinen Zweck. Sie löst sowieso aus. Okay. So. Disbellen ist scheiße, ne? Aber aussitzen ist genauso scheiße. Ich könnte sie natürlich jetzt auch killen, ne? Wisst ihr was? Wir machen das so. Wir spielen da blau rein. Blau ist nachgekommen. Also spielen wir nochmal blau rein. Oder wir killen, ähm, die rechte Seite zuerst. Weil die E-A-Alarm auslösen sind. Ma-Art löst aus. Egal was passiert. Es ist egal. Gut. Sechte Seite zuerst. Äh, wir killen Sun Quan. Ghosten blau. Vielleicht kommt sogar Lila nochmal nach. Das sehen wir dann gleich. Wobei, beide lösen aus. Ich könnte, ich könnte auch den gelben Diamanten hier ausspielen. Also, dann ist das auch schon egal. Blau, ja. Ja. Klasse Combo. Aber bei so einem Board war das klar, dass da viel passieren wird. Okay. Sehr schön. Ja, den einen, den wir verkackt haben. Weil Ande da zweimal ausgelöst hat. Schade. Schade drum. Ähm, das werden wir haushoch verlieren. 21 angesprochen haben wir. Die haben 19. Also, zwei weniger. Und führen mit 800. Kann man sagen, ja. 800. Punktemäßig ist in Ordnung. Ja. Der eine Missplay da hat mich so ein bisschen gereizt. Da habe ich nicht ganz nachgedacht. Aber gut. Ist egal. Ähm, ja. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Und, ähm, bis zum nächsten Video. Und, ähm, bis zum nächsten Video. Und, ähm, bis zum nächsten Video. Und, ähm, bis zum nächsten Video.